willkommen zurück zu meiner folge minecraft der folge 556 ich stehe hier gerade vorm bett nicht weil ich schlafen will sondern weil ich das bett eigentlich mitnehmen will aber kein platz dafür haben dann nehmen wir uns doch einfach mal hier so eine schalker kiste und setzen hier mal so ein bisschen kostet und normale erde rein genau dass wir die schön untertrennen können unterteilen können sehr gut das heißt abbauen und jetzt müssen wir gucken siegt hat so die kümmerung das bett mitnehmen und haben immer diese hand dabei perfekt jetzt fliegen wir nämlich mal ganz schnell hier so rüber wir hatten ja nämlich doch glaube ich ja genau wir hatten jedoch noch welchen gesetzt sollte ich will zu gucken da jetzt genau das passiert was ich nämlich vermeiden wollte ach ja weil ich doof bin und ich mir der sägtasch abgebaut habe ja war klar so jetzt müssen wir warten wahrscheinlich hoffentlich beruhigen die sich in per minütchen wieder mal so dann beruhigt euch mal am besten müssen wir mal die items irgendwie umbenennen dass man weiß die oder seine sägtat ach guck jetzt sind sie nicht mehr böse so dann dann dahin dann machen wir das aber so wir nehmen auch gerade vier stück so ersetzt ach komm wieder aus dem weg so und äh nie könnt ihr nicht paare machen so ich brauchte erstmal einen neuen weg finding path genau was ich ausnahm so super gut dann hätte sich das ja erledigt mit dem mit dem ganzen hier ach guck mal hast du hier jetzt was er geschafft cool genial genial dann haben wir jetzt ja das ding erstmal hier kurz die items rausschmeißen die müssen erst einmal wachsen aber wir brauchen eh noch das holz das heißt wir können jetzt gerade erstmal bösen holz abbauen jawohl passt wenn wir da ist frei gucken wie viel holz wir von den bäumchen kriegen und wie viele saplings wir natürlich nachher zurückkriegen also ich dachte gerade das war gerade so grün aber da ist noch ein holz so wir haben 41 ja das ist nicht viel aber man kriegt ja auch nur ins deck also fast das doppelte bei den großen bäumen raus das ist ja schon mal gut so guck mal ins deck 21 haben wir schon mal kriegen wir doch auf jeden fall gleich ein paar falltüren hin es gibt nur leider noch keine holzsäge und steinsäge das wäre cool wenn es noch eine holzsäge gäbe ah man ja guck mal apfel ja ein stack und was vier ein stack fünf so was haben wir denn guck mal ein baum haben wir schon mal wieder raus den können wir auch gerade hier hinsetzen den brauchen wir sowieso wieder perfekt 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 so apfel da rein sticks da rein und einen halben stack verkraften für nene 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 für 42 so wo brauchen wir denn noch falltüren so stopp du bist falsch du bist falsch ausgerichtet so wir setzen auch gerade da mal dahinter sieht nämlich denke ich mir viel schöner aus ach hier das ist doch das ist doch nö also gut die reichen auf jeden fall nicht nein nicht den klopf nein das war jetzt hoch so den nicht denke mit den kannst du mal platzieren genau so hey hier mal ein bisschen eigenwerbung dir gefällt das video dann lass doch einfach eine positive bewertung da unter dem video oder kannst auch gerade kommentar schreiben oder wenn dir der ganze kanal gefällt dann lass doch einfach ein abo da ist gar nicht schwer du musst einfach nur runterscrollen und auf abonnieren drücken und dann kannst du alle videos von mir angucken verpasst keins mehr jedes mal wenn ich ein neues video hochlade bekommst du eine kleine mitteilung und dann kannst du dich schon mal gespannt an die folge setzen Dankeschön so wir brauchen auf jeden fall noch ja noch übern stack die wir da verwenden müssen hier war doch bestimmt auch meine werkbank nö aber wir haben eine dabei das heißt wir machen dark o'clock nur 25 so und hier müssen wir ja auch noch so und hier die auch so hier gehen wir gleich durch komm Dankeschön so und hier guck mal hier müssen wir auch noch ein paar einsetzen dann setzen wir die grad mal dahin super und die fünf reichen natürlich glaube ich nicht für das andere so wir setzen mal nichts in die hand dass wir gleich nichts irgendwie verbauen oder verklicken hier fehlt nämlich noch einer siehst du dann können wir doch hier schon mal auch in die kiste dankeschön für nix du schöne holzkiste dann machen wir jetzt nochmal komm weißt du was wir verkraften das ganze lok so stinkst du so stinkst du so stinkst du sieht zwar optisch aktuell gleich aus aber wenn irgendwann mal eine textur veränderung kommt dass man etwas sehen sollte dann ist das doof so hier haben wir schon mal durch und dann haben wir jetzt hier noch zwei drei stück genau hier noch eine ja vielleicht sind wir nicht so viele geworden aber weiß ja niemand weiß ja niemand super dann können wir die nämlich hier schon mal bei die dunkle Sahndinger hin tun geben wir auch grad noch das Holz super sprinten wir grad noch mal kurz hoch gucken mal äh dass wir unser schönes Holz hier abgebaut äh unsere Septings haben ich weiß gar nicht wie viele haben wir gebaut drei ja da haben wir grad mal fast ja doch haben wir doch gut was zurückgekriegt ich meine wir brauchen sowieso noch ein paar mehr Septings und ein paar mehr davon von daher können wir das machen ich würde sagen wir haben doch schon mal was sehr schönes geschafft wir sehen uns in der nächsten Folge wenn es euch gefallen lassen eine positive Bewertung da oder ein Abo und bis denne Ciao Leute